hinweise suchen ja und damit sind wir dann im kapitel 15 die diebe von libertalia ja und damit dann auch hallo und herzlich willkommen zurück zu uncharted 4 end of these so hier ist was oder auch nicht ja in der letzten folge haben uns ja hier durchgeschlagen und warum auch immer sobald wir durch dieses tor durchgelaufen sind habe ich jetzt wieder die grafik so komisch ich hoffe wir bekommen die genau den kämen wir doch ja ist napoleon so wie es aussieht napoleon ein dieb okay aber was hatte der jetzt mit denen zu tun die dieb okay okay gute arbeit ja warum auch nicht in der mitte irgendwie was ist denn brüderchen gute frage was wenn nichts von dem schatz übrig ist sie haben alles für marmor böden ausgegeben die siedler finden raus dass ihr geld weg ist sind sauer ja vielleicht bringt mich jetzt nicht wirklich weiter steht überall dieb drauf okay es ist mit der kette hier da oben könnte man theoretisch auch hoch die frage ist wir kommen wahrscheinlich jetzt nicht da naja okay die böden sind rausgerissen komme ich da irgendwie hält der sich da an der wand fest ich denke mal eher nicht oder das bringt wahrscheinlich auch nicht allzu viel hier ja ich probiere es mal aber ich glaube nicht dass der sich festhält ne okay einmal ins bücherregal rein ähm frage ist ist hier noch irgendwas sehe ich mal wieder den wald vor lauter bäumen nicht ich meine das haben wir jetzt ah moment hier ist ne das ist nur wieder so bild was ist hier passiert erkennt ihr den film nein natürlich ist es nicht der film aber äh moment hier ist noch was oder auch nicht ich sollte nicht immer sagen dass da was ist das wüsste ich auch gerne gib mir doch einfach mal einen tipp wo ich jetzt entlang muss einen hinweis kann ich mir auch nicht geben kann ich auch nicht schade ähm ich denke dass wir wirklich da hochklettern müssen die frage ist nur also dass wir da oben rechts hin müssen die frage ist nur wie kommen wir da hin weil ich hier nirgendwo hochklettern kann hier komme ich ja auch nicht hoch das ist jetzt der höchste punkt aber da kann ich nicht also springen kann ich schon aber kann ich nicht hoch also der kann sich da keine ahnung wie viele kilometer weit durch die luft schweben lassen rumspringen und alles aber so ein bücherregal kommt er da nicht mehr hoch damit man da mal eben hoch kann also da muss ich sagen das ist bei assassin's creed doch um einiges einfacher also mit dem klettern meine ich jetzt generell kann ich hier auch nichts ah Moment da war grad was okay keine gute zeit um den kopf zu verlieren ha 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 das war jetzt ein joke okay ich denke ja immer noch dass es irgendwas mit diesen dingen zusammenhängen könnte aber ich glaube eher nicht wo achte was denn was hast du da libertaria geld da ist Avery Siegel drauf er hat das gold geschmolzen und eigenes geld geprägt das heißt also all die manifeste in den regalen der schatz war hier ja stellt sich nur die frage wo ist er jetzt okay wir wissen dass draußen gekämpft wurde ja und dann drin glaubst du die siedler haben ihn gestohlen nein ich glaube sie haben ihn sich zurückgeholt schau da ist Avery zu die gründer von libertaria alle markiert mit dem wort dieb nicht mörder nicht tyrann dieb also war der schatz schon verschwunden als die siedler herkamen ja weil diese typen ihn sich schon geschnappt hatten pirat bleibt pirat stimmt's ja pirat bleibt pirat ich weiß wo er ist was wo das ist eine karte ja da oben das ist das schatzhaus eine karte von libertaria genau jetzt folge auf die andere seite der insel genau da nur devon halt Avery war aus devon in england ganz genau man das sind ein paar echt große häuser und jedes hat sein eigenes siegel weil sie da gewohnt haben was hältst du davon den wachtturm hochzuklettern das wollte ich doch die ganze zeit aber ich komme da doch nicht hoch das ist doch das problem wie kommen wir da hoch genau hast du dazu auch irgendeine intelligente lösung vielleicht oder wird jetzt vielleicht irgendwas freigeschaltet wie die kette da aber die ist zu weit weg ne also ich vermute dass ich vorher tatsächlich nicht darum kam was 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 wo ist er hier komm dann halt nicht y und dann muss ich halt den stick drücken ach das soll ein kronleuchter sein ja das ist schön dass es stilvoll aussieht hier sind wir aber eben hochgeklettert irgendwo ne hier rechts glaube ich also es tut mir wirklich leid dass das wieder so beschissen von der qualität her ist es ist immer ich kann nochmal spielen und dann auf einmal ich kann aber nicht ranziehen dann auf einmal kommt irgendeine zähne und es sieht so aus wie jetzt also das ich weiß nicht woran es liegt keine ahnung ich könnte mal kurz was ausprobieren ich glaube allerdings nicht dass sich was verbessert kleinen moment ja also keine ahnung ich habe mich jetzt eben auch ein bisschen bewegt das funktionierte soweit jetzt wieder aber ich habe nichts verstellt also ich habe ein paar sachen ausprobiert aber ja irgendwie nichts verstellt jetzt habe ich aber immer noch das problem ne da macht er nichts das heißt wir müssen achso Moment komm wir hier ah sehe ich ja jetzt erst das ist nämlich eins der wenigen die man wirklich benutzen kann wo muss ich denn hin ich komme da auch nicht komplett drüber ne versuch mal dich zur anderen Kette zu schwingen zur anderen Kette also abgesehen davon dass ich jetzt erst die Kette sehe was war denn das für ein Bug wieso hat der mich nach oben gezogen ähm hallo Leute was war denn das gerade auch gerade hing der da so komisch dran ich denke mal nicht dass wir da runter sollen ach so Moment da können wir rein ok ok ja das ist schön darf ich denn auch drücken siehst du den Turm klar weg da muss ich das jetzt beim Springen machen das das fände ich überhaupt nicht gut ich hasse sowas beim Springen weil das funktioniert meistens nicht ja oder so ok das ist in Ordnung das ist in Ordnung jup ähm ist die Frage wo muss ich denn überhaupt hin also wahrscheinlich immer weiter hoch oder äh oder ich lasse mich einfach hier runter der hat von einem Turm gesprochen gerade welchen Turm meint er denn ich bin mir gerade nicht sicher ich hänge erstmal so lange noch eine Runde ab aber ich denke mal wir müssen da oben rum oder nicht aber da können wir auch nicht durch aber ich ja hier eventuell ja ich wollte gerade sagen kommt der auch nochmal hier rum jetzt jetzt wo ich hier rumkletter jetzt muss der da unbedingt äh den Hampel mal machen Sam ja okay wollte nur sicher gehen dass du nicht abgestürzt bist haha was da haha ganz schön aufgeregt haha okay hier ist aber nichts drin so wie ich das sehe ja bringt uns das jetzt was wo hoch ach da hoch na los fertig fertig na gut ich hab hier was hey vorsicht oh hallo ich dachte wir sind Brüder bring mich doch nicht um bring mich doch nicht um ah jetzt okay ist hier noch irgendwas ne ne sieht nicht so aus was was für ein Ausblick da ist es auf der anderen Flussseite was hältst du davon die Reichen zu beklauen ja ich trau dem jetzt aber nicht so richtig ich mein was glaubst du wie lange brauchen wir bis New Devon äh ein paar Stunden kommt drauf an wen oder was wir unterwegs treffen ähm da geht der nicht hin würdest du mich verarschen nein nein geh woanders hin geh woanders hin oh nein hä wegen das kleine bisschen da ist er jetzt gestorben weil ich da runtergesprungen habe oder was scheiße nessen pantherpaus scheiße echt jetzt okay ja wie soll ich dann da runter hallo scheiße nessen pantherpaus ja ich würde gerne irgendwie rein oder sonst was aber ich kann nicht ja durch die Fenster das versuche ich ja die ganze Zeit hallo springen ja dann springe auch geh da rein wo bist du nein ach fick dich wo bist du ich bin hier unten komm schon das heißt hier unten kann ich irgendwo hallo ich denke du bist unten oh Gott nein ja man dann sag mir doch wo ich hinspringen soll da hinten ist was soll ich da hin das sieht für mich oh ich wollte gerade noch sagen das sieht für mich wie der sichere Tod aus aber okay äh anscheinend kann ich mich da nicht festhalten ich weiß nicht ob das so eine gute Idee ist was ich hier mache nein doch nicht da hin oh alter nimm bloß nicht das Ding was nach vorne raus guckt oder soll ich zu ihm rüberspringen ja okay verstehe oh au ach so ich war gerade am überlegen nein nein ihr trefft mich nicht ihr trefft mich einfach nicht ich fliege äh ich springe was zur Hölle genau du darfst aber gerne stehen bleiben mir zu helfen hallo panik 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 mach man ich drück schon die ganze Zeit x immer weiter Immer weiter. Aue. Ja, springen hat ja super geklappt. Ich liebe es. Oder muss ich nicht mehr mit der A-Taste springen? Nein, er ist zu früh gesprungen. Das habe ich bei Tom Frider schon so richtig geil gekonnt, weil es da wirklich auf den Millimeter ankam, auf das letzte bisschen, was man wirklich machen musste. Oh, ja, springen hoch. Hey Sam, mach ihn fertig. Genau, mach ihn fertig. Ich komme hier gerade nicht hoch, weil ich hier, keine Ahnung, die Dinger nicht richtig anfassen kann. Oh oh. Äh, auf ein Neues ist gut. Ähm, kann ich da hoch? Nee, besser, okay. Kann ich hier hoch? Ja. Okay, ich denke mal, ich muss hier rum, aber... Natürlich geht es nicht so einfach. Okay, komm ich da rum? Komm ich da rum? Er will mich... Nein! Oh, Alter. Ist es denn so schwer, das zu machen, wo man drückt? Echt. Oh, hat die mich hier so schlecht? Okay. Okay, halt, halt. Hey Nadine, schön Sie wieder zu sehen. Au, okay, Mango, Mango. Was soll denn das heißen? Au, das ist mein Safe Word. Sind Sie immer so ein Klugscheißer? Ah, wenn ich in Form bin? Ja. Sie und Ihr Bruder haben sich als die besseren Schatzjäger auf dieser Insel erwiesen. Mhm. Schade, dass wir Gegner sind. Warten Sie, das können wir noch ändern. Im Drake-Trauen? Den Fehler mache ich nicht nochmal. Hey, hey, lassen Sie uns... Okay, das war härter als erwartet. Ich, äh, finde selbst hinaus. Glauben Sie ehrlich, dass ich Sie nach all dem einfach davonziehen lasse? Genau. Leg du dich mit hier an? Okay, das Abblocken funktioniert schon mal nicht. Ich habe genug von dieser Insel. Ich habe genug von Ihrem Bruder. Und ich habe genug von Ihnen. Oh nein, das wird nichts. Wie macht es das? Auf, schiefen. So sieht das aus, wenn man abwärts, okay. Ähm, komme ich da wieder hoch? Oder soll ich jetzt eins runter? Ich bin mir gerade ehrlich gesagt nicht sicher. Ja, also irgendwie will der... Haben wir jetzt doch da... Hallo, Tim. Ja, wenn er sich mal bewegt... Nein! Hallo! Was war denn das für ein Scheiß gerade? Du solltest da rüberspringen und mich loslassen. Und ja, ich benutze immer noch die gleiche Taste zum Springen. Ach, jetzt kannst du es auf einmal. Ich komme. Äh... Moment. Ja, ist okay. Ich hätte direkt... Warte ab! Okay, ganz so war es nicht geplant. Wo ist überhaupt meine Waffe? Das hat so eine schöne große. Wo ist das? Aber nicht so schnell. Aber nicht so schnell. Hey, vergiss sie. Komm, wir müssen ihr weg, bevor sie... Scheiße. Wow, 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 wow. Jeder von uns... ...beruhigt sich wieder. Na, das ist ja interessant. Nate? Samuel? Weg mit den Waffen! Ihr alle! Nein. Rafe, der Typ meint's ernst. Oh, mach dir keine Sorgen, Nadine. Die zwei töten niemanden kaltblütig. Das ist nicht ihr Stil. Willst du ihr Leben darauf verwetten? Na, dann nur zu. Schieß doch. Sam! Wenn ich sterbe, sterbt ihr auch. Von mir aus? Kein Schritt weiter! Meinst du? So? Sam, nimm die Waffe runter! Ich hab dich gebahnt. Tu es! Hey! Schon gut! Feuer einstellen! Nicht schießen! Leg sie hin! Schon gut. Okay? Schon gut. Keine Sorgen, Nadine. Das ist nicht ihr Stil. Was soll ich sagen? Ich dachte nicht, dass er's tut. Samuel? Bist du okay? Ich glaube, du wusstest, dass dieser Moment kommt. Hey! Komm schon mal an! Du hast uns noch in der Hand. Entspann dich! Komm schon, du bist Geschäftsmann. Und lass uns... ...ein Deal machen. Oh, ein Deal. Oh ja, bin gespannt, was dir davor schwebt. Oh, erzähl nur. Ich höre. Okay, bloß. Okay. Du willst Averys Schatz finden? Dann helfen wir dir. Und im Gegenzug lasse ich euch leben? Ja. Und gibst du uns einen Anteil. Mann, der Kerl hat Nerven. Nur so viel, um ihn freizukaufen, okay? Freikaufen? Nathan. Ja. Er hat gesessen. Für mich. Und der Kerl, der ihn rausgeholt hat, Hector Alcazar. Er schuldet ihm viel Geld. Wow. Wovon zum Henker redest du da, Nate? Hector Alcazar starb vor sechs Monaten. Bei einer Schießerei in Argentinien. Haha. Ich hab Samuel rausgeholt. Was hat er dir erzählt? Sam. Was für ein Märchen hast du dir da ausgedacht? Alcazar, du hast gelogen? Du hast deinen kleinen Bruder angelogen? Wir vergeuden Zeit. Augenblick. Die Sache ist, Nate, ich hab nie aufgehört, nach Averys Schatz zu suchen. Ich stoße bloß ständig auf Sackgassen. Tja. Und dann höre ich, dass unser guter alter Samuel Drake ein Experte für Avery am Leben und guter Dinge ist. Es gab keinen Ausbruch. Ich habe den Gefängnisdirektor bestochen und dein Bruder ist einfach durchs Haupttor marschiert. Er hat die letzten zwei Jahre nach dem zweiten Dismas-Kreuz gesucht. Und weißt du was? Wir haben's zusammengetan. Nein. Oh doch. Das ist Blödsinn. Oh, Sam? Magst du's widerlegen? Nate. Oh, Sam. Oh, Himmel. Nein, nein. Hör zu. Averys Schatz gehörte uns. Gehörte immer auch zu. Ich hab ein Leben für dich aufgegeben. Hey, hör zu. Hör zu. Nate, wenn's dich tröstet, mich hat dein Brüderchen auch für dumm verkauft. Hat sich aus dem Staub gemacht. Und dich und den alten Mann mit ins Boot geholt. Und ich will nicht lügen, Sam. Das hat mich wirklich angekotzt. Aber, weißt du, das liegt hinter uns. Du verdienst ihn nicht. Und du schon? Wir sind doch alle nur Diebe, die herumstöbern. Wo wir es nicht dürften. Rafe? Was? So oder so, beende es. Oder ich tue's. Ihr habt die Lady gehört. Wenn dir ein Hinweis entgeht, kannst du dem Schatz Lebe wohl sagen. Du hast selbst gesagt, du stehst nur auf Sackgassen. Sie ist doch ein, Rafe. Du brauchst uns. Ja, du hast recht. Zur Hälfte. Ich brauche nur Sam. Warte, du machst einen Fehler. Du hast... Du hast siefen. Ik ...